Ähm, ja. Ich bin das aber noch ein bisschen weitergemacht. Ganz klar. Oh, was? Ich hab auf irgendwas geklickt. Ja, das viel müssen wir unbedingt da kleinkriegen. Ja, das war's. Was ist das? Ja. Sehr gut. RIP-Nutze. RIP-Nutze. Okay. Wir hatten doch noch mal verschiedene Follower-Sachen. miej rein betrüft, wie ich ihn vulnerability. Skyrim. Lass mich mal schauen, was die Leute da für Kameras und wo sie die platziert haben. Weil da sieht man das Level nicht, ist doof, das ist alles so klumpig. Und solange ich meinen Greens den noch nicht hier habe und den komplett ausge tasks habe, bhasr. Bhasr. Ja, du trägst so viel und kannst nicht rennen. Ich hab doch gespeichert. Was zur Hölle? Offensichtlich hat das Glitches gebracht. Und ich sehe schon, wir werden sehr viel Zeit mit Skyrim verbringen. Ich mag das voll. Nach wie vor kann ich nicht alles so spitzend weg. Eine Säge. Ach stimmt, wir hatten nicht gespeichert. Das ist natürlich auch sehr cool. Machen wir jetzt mal System. Läsbärchen. Oben links haben die die. Bup. 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 So. Finde ich gut. Hallöchen. Was zockst du denn? Skyrim. 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 Das skeile Skyrim. So. Den kann ich nicht verschieben. Den Monitor brauche ich hier. Schön. Gut. Darf ich jetzt speichern? Eigentlich. Ich hoffe, man hört auch nicht hier die Xbox so laut. Die steht nämlich, naja, ungefähr einen Meter weg vom Mikrofon. Denn das wird gespeichert. Schön. Ja, die Aufmerksamkeit werden dann auch nicht so lange existent bleiben. Einfach nur ein Test. Und ich will mir das mal in Ruhe angucken, wie das tatsächlich denn aussieht. Ob das doch noch gut gelungen ist, ob das nicht gut gelungen ist. Und wo ihn dann schiefst. Und... Wollen wir was an? Schlüssel? Natürlich. Was? Wow. Wow. Ich habe mich hochgehalten. Ich glaube, wir sollten da wieder rausgehen. Wenn mir nicht alles durcht. Verschissel mein Nissel. Aber ich glaube, Skyrim ist eins der Spiele, die ich das häufigeren zucken werde. Werd ich durchmachen. Ach verdammt, wir haben vergessen. Tatsächlich. Wir brauchen die Alert Box. Bin ich denn alertmiert? Okay. Zack. How to? CLR Browser. Sonst kriege ich doch hier nichts mit. Ihr kennt mich doch. Ihr kennt mich doch. Ich bin doch voll doof. So. Dann nehmen wir das noch um. Zwei. Alerts. Boop. Boop. Jut. Ähm. Wir wollten hier rausgehen. Scheiße. Danke. Irgendwie konnte man auch sprinten. Ich habe vergessen. Da fährt es echt weit dran gerade. Guck mal. Guck mal. Ich bin ja zu spitzig. Ich habe hier nochmal eine Ball. Ist das nicht geschmeichert? Ich habe hier. Ich bin ja zu spitzig. 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 Ich habe hier. Ich bin ja zu spitzig. Ich bin ja zu spitzig. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. Okay. Gut. Ähm, ja. Wir müssen mal hoffen, dass wir mal oben wegkommen. Okay. Jetzt kommt es mal ein Schritt. Oh Gott. Zum Schleifen. Warum? Was ist denn hier? Was ist denn der Arsch? I just fucked it up. Oh Gott, kann ich nicht irgendwo schnell hinreisen? Ich glaube nicht, wenn ich in der Höhle bin, oder? Hm. Das ist ja alles schwer zu sehen. Wir müssen das sehen. Ah! Ach, toll. Wir gehen jetzt wenigstens nach oben. Oder ins Verderben. Ich bin mir nicht sicher. Wir gehen gleich mal bei so rum. So quicksave wäre nicht schlecht. Das habe ich hier mal nicht gemacht, also überschreiben wir ihn einfach. Ich hoffe, es ist überblunt, die Stücke mitzunehmen. Was ich jetzt an habe. Kleidung. Der Ring ist alles ganz schön und ganz gut. Aber... Habe ich hier... Wasserwein und so. Okay, okay, okay. Die Frage ist ja, was habe ich denn tatsächlich an Handschuhe? Nicht. Die bringen mir 37 Rüstung. Die bringen mir 35. Schau. Ich kann wieder rennen. Das Wichtigste. Der Monitor ist echt weit ran. Ich muss mich dran gewöhnen, so ein bisschen zurückzulehnen. Mein Monitor ist leider zurückzuschieben. Das geht natürlich auch. Das ist ziemlich alles leer. Ich war einfach nur da draußen. Wenn ich ehrlich bin. Und ich habe keine Ahnung. Oh nein. 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 Ich denke, wenn ich nach vorne gehe, nach oben, kann das noch ein Stückseit sein. Oh. Das ist nicht ganz wichtig. Die Endung ist nicht ganz wichtig. Ich weiß nicht. Oh. Oh. Offensichtlich... War ich hier doch noch nicht so. Der Pieren ist normal. Oh, was? Was ist eklig? Holy shit, man. Yeah, I tried. Whoa. Ich habe auch keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Ich glaube, da muss ich meine Ohren so ein bisschen einsetzen. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, hier reinzugehen. Ich hätte nicht gedacht, dass Skyrim so schwer war. Aber gut. Aber gut. Was willst du machen? Dann gibt es das auch noch. Vor allem noch irgendwelche Anadern, die ich hätte. Und da... Kann man auch mitnehmen. Wir sind für ein Kampf. Jemand muss mir helfen. Ich gehe mal hoch, vielleicht. Ich will mich damit ja was umbringen. Guck mal. Es ist Gärte. Könnte aber ein schönes Blut sein. Ha! Ich würde für das Schloss knapp gut gespielt haben. Hallöchen, das ist doch was für mich. Das sollte ich zumindest lesen. Sie hat es schließlich getan. Ich wusste, dass sie meines Tages durchgeschrieben hat. Ja. Okay. Ist noch hoch. Ne, wie bitte. Eine Spitzhacke. Durchdringendes Cover. Wie ein beschädigtes Ei. Explodierende Flammespinne. Na toll, das habe ich auch mitbekommen. Ich glaube es ja wohl. Was ist das hier? Da haben wir auch noch einen Strom. Hier da rumexperimentiert. Das war alles? Ernsthaft? Oh Gott. Da habe ich noch eine Kerze. Hier unten. Meine Kerze. Es ist dunkel hier unten. Meine kleine Kerze. Ich habe keine Kerze. Was schade ist. Mal dunkel. Kacke, das ist echt düster hier. Wo ich gerade aufgeschlossen habe. Hau ab. 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 Jetzt pass creasing dude fullmo. Einfach mal. Sobald ich Skyrim streame? Undhaus. Ich bin verwirrt. Hier war nicht so, dass durch hier noch etwas. Hier nicht. Achsto. Jetzt gehen wir hin. Mal Partners accepted. Zumal, das letzte mal als ich das Spiel gespielt habe war sicherlich vor mehr als einem Jahr. Ich habe keine Ahnung, in welchen Teil des Spiels ich mich gerade empfinde. Was nichts, was es nicht gerade einfacher macht. Hat ich nicht die Fackel dazu bekommen? Der Trug. Das war jetzt ein bisschen komisch. Ach. Eine Rubin-Druse. Wie tust du das jetzt hier? Das stimmt. Das wird auch ein bisschen mit dem Bogen partieren. Das stimmt. Das stimmt eigentlich. Vapenos. Habe ich keinen Bogen? Da, oder? Egal was ihr seid. Ich mag euch nicht. Das ist düster. Ich sehe ihn scheiße. Das stimmt in der Tür. Ja. Du musst den Riegel aufheben. Ach, die Heilige. Ach, du Heilige. Die sind schneller da als geliebt. Die sind echt schnell gewesen. Und ich bin voll langsam geworden. Wie gesagt, Leute. Mindestens ein Jahr her, als ich das Spiel das letzte Mal in der Hand hatte. Das ist. Ich kriege, die kommt. Ja. Das ist in der Tür. Ich bin soätig. Ich bin soätig. Ich bin sehr, ich bin soätig. 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 Das kann man stehen. Nein. Oh was? Ich hätte vergessen, dass ich... ...eine Hände dazu gehört. Ich weiß nicht, was das ist. Naja. Ist hier irgendwas Brautbares denn? Oder ist das nur... Echt nichts drin, oder? Tja. Hat sich ja voll gelohnt. Geht einfach nur düsternd, ne? Ähm, Hilfe? Ich sehe nichts. Was ist das? Ich sehe unten und oben nichts. Hier sieht er, wie ich mich drehe gerade. Wartet aber was. Wie düsternd. Wie so... Ich weiß zwar nicht, was hier alles erhält, aber... Ich brauche Feuer, verdammte Angst. Will ich mir die Fackel nehmen? Okay, ich brauche vielleicht irgendwie Zauersprung. Wo? Wo? Blobben? Ah, okay. Dann würde ich vielleicht mal gucken. Magie. Ähm, alle. Klamm könnte was bringen. Klamm könnte was bringen. Ach, Heilung. Ich bin jetzt mal hier zur Flamme drin. Unsenbrenner. Wie kacke dunkel das ist. Okay. Nehme ich. Ich seh auch meine Kumpanen überhaupt nicht. Wunderbar. Ich soll wieder ein bisschen Mana bekommen. Und wir sollten schon mal speichern. Genau. Meine Fresse ist das düster. Und ich dachte schon ich wäre Level 80. Aber irgendwie doch nur unter 30 sogar. Vielleicht soll ich die Einstellung meines Fernsehs. Verdammt. Das stimmt. Soll ich das ja auch gut übersehen. Ich guck mal ob ich da was machen kann. Mit der Ehrlichkeit. Ich höre mal so die Optionen. Ähm. Hm. Note. Benutzer, Benutzer. Benutzer. Exit Text. Was denn? das Bild Helligkeit Oh ja Oh ja Give it to me Helligkeit ist auch immer noch nicht mal Bild Helligkeit 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 Heller von Sinnen Okay 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 Machen wir mal wieder aus Gucken wir mal Naja geht's um Immer besser als zuvor Achso hier sieht man Auslandlich so stehen Achja Achja Ist schon nicht einfach Ich kann ja auch eigentlich mal Als Magie Meine Heilung ausrüsten Das Meer nicht verkehrt Das Meer nicht verkehrt Geht's runter Geht's runter Scheiße Ich dachte echt ich würde hier relativ schnell rauskommen Na Hauert Der Tagslicht wäre mir echt lieb gerade Hier ist das Tod das ist schon mal ein gutes Zeichen Oder ein schlechtes je nachdem wer es getötet hat Geht's runter Ich will hier runter Ich will hier runter Ich will hier runter Ich will hier runter Wir kommen von hier In Kreislaufen Wir sind Kreislaufen Was 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 Mann In Kreislaufen Wer Es ist das Ich glaube, dass es in keinem sehr extrem spiegelt. Ich denke, dass wir auch nix sehen. Mal wieder Feuer an. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich kann mich ja doch nicht hinsetzen, um das Licht auszupassen. Wenn ich denn meine Kamera... Ich sehe auf dem Monitor, wäre der Spielzeit viel, viel besser. Ich glaube, wir kommen da raus. Ich muss noch ein bisschen trainieren, bevor wir das Viech da riechen. Okay. Ach, da geht's raus. Sehr schön. Das Speichern wir mal, bevor wir rausgehen. Wer weiß, was da draußen wieder auf uns wartet. Wahrscheinlich erst mal ein Drachen. Das würde mich nicht mal wundern, hätte ich gesagt. Aber wundern mal, dass das so funktioniert mit dem Streaming. Ja, wir sollten Pfeil vor dem Haus liegen, damit wir wissen, dass wir noch reingehen müssen. Guter Trick. Guter Trick. Guter Trick. Sind das jetzt eben... Was ist denn? Wie geht denn? Ist nicht wirklich heller geworden. Sind wir hier wirklich gefangen? Was zur Hölle. Och Gott sei Dank. Ich dachte schon, dass wir da nur rauskommen. Ähm, okay. Ich hab keine Ahnung, wo ich an muss. Was ne verfickte Kacke. Oh. Ich glaub, mein Team ist jetzt ganz... Oh! Ich sollte echt was an meiner Rüstung tun. Oh. Oh, da geht's raus. Ich bezweifle, dass es zwei mal noch. Aber... Kacke, Alpino-Spinnen. Das ist doch für nix guter, wie ich das gemerkt habe. Oh, da haben sie gespeichert. Ey, ich speichere die mal nochmal. Hashtag speichern. Ich weiß nicht, ob man so leveln kann, wenn man einfach nur die Mana nutzt. Oh, Pilze. Ich weiß nicht, dass Schimmelpilze sich auskommt. Nein. Du machst nur die... Was ist hier nix? Du hast echt nix. Ach, nie, ey. Nie, nie, nie. Hier ist echt kaum was von mehr drin, das ist echt der Hammer. Schimmelpilze war das beste was ich hier gefunden habe, das ist bezweiflich. Was mir ein bisschen Angst macht, ist, dass ich damals in diese Höhle gegangen bin. Und ich keinen blassen Schirm habe. Ich denke, da sind die Treppen nach oben. Die leere Urne. Ohne Urne. Nach vorne. Hast du eigentlich dabei, was ich vielleicht brauchen könnte, sag mal? Ja. Ich bin direkt hinter euch. Ja, ja. Ähm. Was soll ich nehmen? Meine Würde. Oh, Helfenschild. Ah, da habe ich meine ganzen Pfeile abgelegt. Okay. Hm. Das ist ja nicht wirklich viel. Äh. Ja. Danke. Dann mal los. Das hat es nicht gemacht. Ja, ich hoffe, dass es ja wirklich der Ausblick ist. Ich hoffe, es ist ganz stark. Ich zweifle es, aber ich hoffe es. Ich zweifle es, aber ich hoffe es. Ja. Stimmt. Weil, wie gesagt, auf dem Screen sieht es echt schön aus. Mit dem Bildschirm hier nicht so. Wo ist denn tot? Und ich habe das Gold nicht mitgenommen. Die Pfeile. Manchmal. Und das Bier habe ich auch liegen lassen. Was bin ich nur für ein blöder Plünder, was? Ist sowas übersehen. Na gut. Noch mal kurz speichern. Und dann gehen wir endlich mal in die frische Luft hier. Gucken wir uns mal an, wie das absieht. Stream. Wäre schon schön. So. So. Ich weiß, dass ich da aufgehört habe. In Solstheim. Aber nicht, dass ich unter der Tage war. Und schon gar nicht, dass ich Cthulhu an meinem Arsch hatte. Machste nix. Dann machste nix. Miep, 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 miep. So. 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 Das Schöne ist, ich habe auch keine Ahnung. Wow. Wieso denn das nicht militant ist denn, weil sie auch nicht. Wieso kann ich ziehen, oder? Wir wollen nicht einfach. Damit? Was ist das mit? Darf ich schon mal holen? Ich höre nicht, welcher da ist. Okay, direkt. Okay, das ist ein Schlüssel, glaube ich. Wo muss ich denn herbekommen? Das sind wirklich ganz normal in der Städte, oder? Ich kann den ganzen Scheiß verkaufen wollen. Wir haben echt viel Müll dabei. Obwohl ich so stark bin. Aber weiß ich nicht. Ich kann einfach mal die Karte hervorgucken. Mal versuchen schnell zu reisen. Kann ich zoomen? Ich kann zoomen! Das bringt mir nix. Komm, bringt mir das nichts. Weltkarte, oh ja. Oh ja. Gib mir die Weltkarte. Da ist Wasserstein. Ich glaube, da sollte ich hinreisen. Ich glaube, da war ein Dorf. Wenn mich nicht alles täuscht. Japp. Oh, Doom wird super. Ich hoffe, hier bin ich kein Problem. Was? Oh, was? Von hier bin ich doch. Habe ich die schnellere Seite abgebrochen? Ich habe keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert. Schlimm. Also entweder bin ich bescheuert. Weil laut Karte sind wir nicht schnell dahin gegangen. Dürfen wir hier nach Wasserstein zurück. Haben wir was verbrochen dort. Tammel von Werak. Wir sollten nach Rabenfels. Fällt mir gerade so auf. Rabenfels war, glaube ich, die Stadt. Der sieht ja auch lustig aus. Meeee. Ich brauche mir natürlich eine Szene. Das ist ja ein Banker. Schleifel. 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 Leveln wäre schon nicht schlecht. Ich würde wirklich erst mit Level 65 dort zurückkehren wollen. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern. Aber nur euch persönlich. Ja, bin ich auch. Lasst mal sehen. Ein weiterer Brief von Rahles. Er macht mir langsam etwas Angst. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ja, tschüss. Muss ich wieder den Kammerjäger für Rahles spielen? Das wäre kacke. War ich nicht mal im Markt? Was? Was? Du musst mal machen. Du verkaufst nix. Wie spiel ist es überhaupt? Du kannst es gerne. Du kannst es gerne. Eure, wenn ihr Trankmischer-Zutaten, wenn ihr etwas verkaufen wollt, kaufe ich es gerne. Mal sehen, wie wir ins Geschäft kommen. Naja, und wird schon. Ähm, ich möchte ganz gerne. Das war auch kein Mensch. Das war auch kein Mensch. Ich glaube, wir kaufen bei dem einfach noch gut was. So viel hat der auch gar nicht. Hat der ja noch alles. Wir kaufen den Flynn auf jeden Fall. Ähm. Der hat so gut wie gar nichts. Kommen wir einfach Tränke von dem. Damit der uns wieder abkaufen kann. Ja. Das war mein Plan. Ach, alles. Ich trage zu viel. Schönen Dank. Ich würde gerne mal schweren. So kann ich vorhin. Das will er nicht. Das Ernst würde ich schon ganz gerne bei dir. Schau drüber. Ich hab doch hier was zu verletzen. Einen Goldbaum könnte ich machen. War es denn überhaupt schon? Ja. Ich würde ganz gerne bei dir zu Barren verkaufen. Ich gebe euch Deckung. Oh, Kacke. Oh, fuck. Made, sie wollte Golderz haben. Werde ich gleich noch wieder deinen Spielschein laden, weiss? Ja, die Quest kenne ich natürlich nicht mehr nach 50 Jahren. Ich hab doch keine Ahnung. Das war gerade nicht wahr? Glaub schon. Ich glaube schon. Wo ist es ja? Ich weiß noch nicht, warum man dreimal Autospeichern gemacht hat. Aber okay. Ich soll mir recht sein. Ich hab noch ein bisschen Speicherplatz drauf. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Oh, das stimmt. Gut. Ja, ich bin. Ich meine sage. Ich bin der거ze. Ich hab auch keine Ahnung, wer Madisi ist. Ich hab keine Ahnung, wer war Madisi, ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wer war Madisi, ich hab keine Ahnung, wer war Madisi. Ich hab keine Ahnung, wer war Madisi, ich hab keine Ahnung, wer war Madisi, ich hab keine Ahnung, wer war Madisi. Das stimmt. Das stimmt. Ah, ist okay. Schaut vorbei. Ich hab den kleinen Brot. Ich habe immer reichlich Essen. Was ist da Madisi? Ja, ich mich natürlich auch fest so. Entweder euch gef... Die besten Waffen und Rüstung. Ähm... Habt ihr dann in der Kleidung da? Schild ist mir auch klar. Habt ihr echt nicht. Habt ihr echt nicht. Das ist ganz brauchlich. Das ist ganz schlecht. Ganz ehrlich. Der kann schon viel Gold. Warum hat der so viel Kohle? Das ist mein Respekt. Gut. Das ist gut funktioniert. Das ist wohl nicht. Aber ich hab keine Ahnung. Die sehen noch nicht. Wenn ihr nach einer Überfahrt nach Waden failsucht, dann... Ja, wir fassen kein Schiff. Wir wissen auch nicht, ob wir in der Karte aufreißen möchten. Die Karte. Ist hier eigentlich schon jetzt aufgedeckt. So, mal ein bisschen weiter die Karte aufzudecken. Ja, Sucher sind Diener des... Oh, das Mora. Die sind selten außerhalb des... Oh, Krüter. Ah, ich das vergesste. Die sehen echt kacke aus. Die sind aber verdammt stark. Wir müssen irgendwie besser werden, um diese Viecher echt abzuschraben. Und wenn die Welt sicher ist, um diese Welt geschehen. Ich meine, die könnten die einen davon abheben, dass die nicht bauen. Ich weiß, die Hebelung nicht mehr. Hier in seinem Schrein. Den sie vergessen haben. Naja. Hier schon. Wir wollten eigentlich... Gerade so ein bisschen ein Daimgehen aufdecken. Und wir gehen da runter. Aber ich schau mich einfach mal an. Schaden kann es ja nicht. Okay. Okay. Entschuldigung, maaf. Entschuldigung. Was ist das? Bergstein. Ich will mal gucken, was da oben ist. Wow. Hast du das gesehen? Oh. 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 Das ist mir. Das ist... ...dannig. Das ist... Shit. Das ist so, hier. Das ist so, hier. Das ist so, hier. Oh, wo ist der Fuchs? Ich hab dir ja gerade einen Fuchs geschossen. Okay, Spiel. Ich bin einfach schon mal weggelaufen. Scheißen Dreck. Ich kann das Spiel. Ich kann das Spiel nicht mehr spielen. Das ist gut. Ja, guck mal, hier wäre schon ganz geil. Das ist gut. Das ist gut. Ich kann das Spiel nicht mehr spielen. Das ist gut. Das ist gut. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. das ist nicht gut so weit rumgelaufen die Pille das stehe ich nicht die Oma ist hier gelassen, dass man es nicht bauen könnte bevor sie ins Haus gehen ach scheiße das sieht nicht an wenn du das aber es wird verschneet verschneet bäddi 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 gut wieder rein gehen über Spalchen sollte man nicht gelungen warum nicht jetzt war es sogar zumindest wenn es gelaufen ist ich habe Angst da rein zu gehen Was zum Donnerfürsten passiert hier gerade? Was ist das für ein Tor? Wow. Wer seid ihr? Ihr, ihr Stark, Hälft, Stamm. Wie habt ihr das Gespräch gelernt? Häuptling, Klug, Meister, Riecklinge, Dumm, aber Häuptling, Klug. Okay. Wir, Familie, wir Stark, ihr Stärker. Richtig. Ähm, es ist mir merkwürdig, aber wollt jemand Hilfe? Kielschlamm, rennt, Preistier, rennt. Stamm hereingelegt, verscheucht. Kielschlamm, Angst. Ihr bringt, er folgt euch. Ja. Kielschlamm ist also eine Art Tier und ihr wollt ihn zurück? Kielschlamm, Preistier, ihr findet, er folgt. Kielschlamm, liebt Fleisch, geht Fleisch, er folgt. Ihr geht. Okay. Hauptwürfel, das ist rumsig, weil sonst bist du tot, mein Lieber Freund. Aber wenn ich was für dich erledige, kostet das was. Kostet das was. Ich weiß nicht, wo ich einen Kielschlamm herbekomme. Kann nicht was sagen. Kielschlamm. Sieht sehr schlammig aus. Geh mal einfach hier drüber. Ein, ja, ich will nicht, ich weiß hier. Ein Blümchen. Ich würde jetzt hier nicht tauchen. Und dann wieder Eis. Kielschlamm. Keine Ahnung. Gibt es ein Quest-Looks und was? Ich wette, dass es keine Ahnung ist. Kielschlamm. Grüß auf die Kielschweige Was ist das? Das ist ein Eis. Buschknechtstrecke hier. Ja. So weit es dabei ist. Aua. Ich weiß gar nicht, wo du sagen willst. Ich würde ja jetzt alle killen, weil... Sie machen gar nicht richtig sein. Auf das wir uns erinnern. Es macht... Dann nehmen wir uns wieder. Was bei Tage durchführen. Ich lasse sie aber auf. So wie jeder das glaubt, was er durchführen muss. Wir müssen uns entfernen. Ich muss sein, mit dir. Ich gehe auf. Das ist die richtige. Ich habe noch nicht. Ich habe noch mehr rein. Ich habe noch nicht mehr. Ich möchte das auch mal den Rettungsgericht machen. Ich habe noch mal den Rettungsgericht. Ich habe noch einen Rettungsgericht. Ich habe noch einen Rettungsgericht. Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Weil vor allem, wenn der schon reden kann, dann ist er ja schon klug. Ich kann eins auch nicht besuchen. Naja, nein nicht. Oh, das ist spannend, der Feind. Ein weiser Jäger ist immer auf der Hut. Werft einen Blick drauf. Kann ich noch was verkaufen? Ich hab auch relativ viel Gold, wo ich finde, wie du es mir gefällt und was ich kaufen kann, wenn ich ihn besser werde. Ich hab auch relativ viel Gold, wo ich finde, wie du es mir gefällt und was ich kaufen kann, wenn ich ihn besser werde. Was ist denn da? Was ist denn da? Sollts, ich hab ein Decker übergefregen gestritten. Ich will den Decker auch kommen. Oh, wow. Das ist schon was wert. Ich will aber nicht schon wieder weggehen. Doch nicht. Bevor ich jetzt mal am Land bin. Und vor allem... so ein Bild. so ein bisschen helles sehen kann. Aber der Schnee ist echt gut. Wir lassen das erstmal für diesen Moment. Dann können wir später immer noch mal gucken. Was bist du denn? oder so ein Bild? Wie war es denn? Wir haben uns jetzt noch, dass ein ganzes Bild zu finden. Ja, da muss ich eigentlich mit dem Untoten nicht zu finden. Eigentlich wollte ich ja nur antesten, aber das Spiel, das nimmt mich schon wieder ein bisschen mehr mit, als es eigentlich sollte, glaube ich. Ich bin ja auch hier ein, ich bin ja sogar noch ein, ich bin ja auch hier ein. Und das ist schon ein Wettbewerb, das ist schon ein Wettbewerb. Das ist die Tür. Das war's für heute. Wo ist der? Es ist noch einer. Was machen die? Was ist das? So was wird für das Ding sein? No engine. Oh, da kommt er mir entgegen. Schade. Ich glaube, ich soll verspeichern. Das war ziemlich episch gerade. Das macht er nicht. Das macht er nicht. Schleppt. Ja, okay, das ist nicht so richtig. Okay, das ist noch ein Wünscheingang. So ist mir nichts. Das ist ja so. Schirmes. Das ist jetzt auch nicht. So ist mir nicht so. Aber das ist ja so. Ich würde sie schiefen. Ich würde sie nicht. Ich würde sie nicht. Ich würde sie nicht. Ich würde sie nicht. Pusten. Toll! Yay! Goal! Gut! Also drei Tonnen machen und alles konsumiert. Weiß ich nicht mehr. Oh! 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 Ich dachte schon, ich wunderte an die Schwimmste. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020